Ich habe mich die letzten 20 Jahre mit Comedy abgelenkt. Jetzt geht's wieder los. Ich bin nah dran. Nah dran. Nah dran am Publikum. Zauber-Sasser, Trickbetrüger, trauen würde ich mir nicht. Quatsch mit Life Crisis. Ich mache einfach das gleiche wie mit 18 und fühle mich 30 Jahre jünger. Fertig. Hier gibt's ehrlichen, handgemachten Humbug und garantiert kein Mentalisten-Bullshit. Das sind Wunder, Witz und Wahnsinn auf Weltniveau. Also wenn's klappt. Das wiedersehen. Untertitelung des ZDF, 2020